Allos gemeino Lohnogos. Er ist so schön, um wahr zu sein, du kleines, kleines Stapelschwein. Gut. Also der Golf funktioniert nicht, 3D. Armee-Fahrzeuge haben, was ungefähr so ist wie der Golf, aber halt als Gelände hauptsächlich. Ja. Also der neue Wagen ist nicht schlecht, sehr laut. Also wenn du schon sagst, dass der sich... Nee, dann kommt wieder ein VW. Bin ich im Übrigen selber jetzt von begeistert und habe das als Zweitfahrzeug oben in der Base stehen, den VW. Der Bayer. Ja. Der Zweitwagen ist jetzt der schwarze VW Golf. Was war das? Zombie. Das sind wohl die Nachwehen von gestern. Habt ihr hier Randale gemacht gestern? Da kommt noch einer hinter dir. Hab ich. Hab doch Manni gestern in die Luft gesprungen. Ach so. Wer hat hier... Welches Arschloch hat hier eine Mini wieder hingelegt? Ich finde das von euch nicht mehr lustig. Was war das? Ich war das. Wie viele habt ihr denn hier hingelegt, Alter? Ja, ich wollte gestern unbedingt René haben und dann ist Manni da reingelaufen. Deine Leiche liegt da hinten. Das Problem ist, die waren vorhin nicht hier. Weil ich war vorhin hier. Ja, dann hast du vielleicht Glück gehabt. Was MVS? Na, die MVS-Klamotten. Die Hose. Die Jacke. Gestern gerade neu gekauft. Okay. Ja, dann musst du die Augen aufhalten. Blöd ist natürlich... Das kannst du als Admin nicht sehen. Das ist natürlich ein bisschen... Bei mir war das eine spontane Aktion. Warte mal. Dass ich die letzten 5 Minuten speichern kann. Ja, ja. Aber die sind doch nur spontane Aktion. Oh, René ist aber auch heute wieder, oder? Also bei euch, wenn ihr beide auf dem Server seid, weiß ich, gehe ich hinter euch rein. Na, mach das doch. Tja! Was war das? Vor allen Dingen... Vor allen Dingen... Tja! Tja! Also wir suchen hier weiter durch, Marcel, ne? Ja. Hat ja bis jetzt ganz gut... Was war das denn? Ah ja, ich war das. Ich mache mir in der Zeit einen Kaffee. Mach mal einen mit. Was möchtest du haben? Capuchino. Wer ist denn eben in die Luft geflogen? Das war wieder ein Zombie hier irgendwo. Ich möchte nicht wissen, wie viele tausend Wien die da gelegt haben. Dass ich heute vor Mittag... Dass ich vorher nicht da reingestampft bin. Das ist ein Wunder. Echt so, Alter. Und du willst das nicht mehr mitsuchen, oder was? Nee. Das gelbe Zeug da, oder was ihr haben wollt, das sucht mal selber. Okay. Ich gebe mir jetzt einen Kaffee machen. Bis gleich. Alles klar. Okay. Okay. Vielen Dank. Wollen wir schon mal zu den Baracken kommen? Pass auf, wenn du hier oben herkommst, ist alles vermint. Bei den Baracken oben? Oben, ja. Ja. Auch, Alter, war ich doch heute auch schon, da war nichts vermint. Ja, oder war irgendjemand noch auf dem Server? Ach, komm, Alter, René, wie willst du das erzählen, Alter? Ohne Witz jetzt mal. Du sagst die ganze Zeit, du warst bei den Baracken und du warst da und du warst da und es war nichts vermint und ganz komischerweise nicht jetzt... Hier ist alles vermint hier oben. Ganz komisch. Kann das vielleicht gar nichts zu tun haben? Oder war er das? Ey, das ist die Rache von ihm, pass auf. Ja, ich merke das schon. Ich war... In Skalm läuft schon das Video im Hintergrund, Alter. Und dann kriegen wir nachher so ein fünfgeteiltes WhatsApp-Video, wo er uns alle in die Luft gesprengt hat. Ja. Und so heben wir Schlacht dabei. Er lacht schon so schämisch. Ich wusste das, Alter, ich wusste es. Ah, René, das ist ein bisschen doll mit den ganzen Minen, Alter. Ich war's wirklich nicht. Ja. Woher würdest du die Minen denn kaufen? Wenn ich die Minen gelegt hätte, würde ich mich bestimmt nicht alle extra in die Luft jagen. Ja, damit das als Alibi gilt. Nee, vergiss nicht. So, Jungs, ihr seid das. Nein, ich meine ja auch, vielleicht kann es ja auch sein, dass das durch dieses... Du hast doch so ein goldenes Ding da verschenkt. Ja. Vielleicht kann es ja da, wo ich... Da durchkommt, dass er denn überall Minen noch hingelegt hat. Ja, natürlich. Der Server, der denkt mit. Ja. Ja, Quatsch. Guck mal, was für Ausreden der auch hat, ne? Du? Magst du dann mal hochkommen und uns abholen? Ja, hol uns mal ab hier. Hier ist alles vermied, Alter. Ich war's wirklich nicht. Naja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ah! Hä? Was schreist du so, Digga? Ich hab mich voll erschreckt, Mann. Ich hab den Wagen gestartet, dass unterm Auto gemieden ist. Hä? Was machst du denn? Ich mach... Die hat er wahrscheinlich... Du, die hat er noch in der Hand gehabt. Hat er vergessen. Weißt du? Wollte er uns mit in die Luft sprengen. Ja, klar. Ne, Dutch. Ich hab doch beide Dachschen. Wo bleibt der jetzt? Ja, kommst du jetzt... Ja, dann kannst du erst mal zu mir kommen. Was hat das... Was hat denn der Sinn des Abholens damit? Ich muss doch erst mal zu mir kommen. Ach so. Ach so meinst du das? Ich dachte, wir sollten zu dir kommen. Nein. Ich hab doch gesagt, unter dem Auto ist eine Mine. Lutschgang. Die ist dir in der Hand losgegangen. Wenn, dann musst du das auch richtig ausdrücken. Ich warte jetzt, bis du in die Kommt, Alter. Die Baracken kannst du... Ja, ich warte jetzt, bis du hochkommst und uns abholst. Ja. Hier, aber ich trau mich gar nicht zu fahren. Weil in der Umgebung liegen zwei Muffen. Ich trau mich gar nicht zu fahren. Weil hier zwei... In der Umgebung liegen zwei Mieter, Alter. Du bist doch da reingefahren. Fahr doch so wieder raus. Wie du reingefahren bist. Ich muss jetzt noch meinen Autoschlüssel rauszutüben. Wieso ist der Autoschlüssel weg? Ey, da draußen. Ja, oder sind die doch beim Schwarz... Kann sein, dass die beim Schwarzmarkthändler sind oben. Ja! Wer da... Wer da voll gegen den LKW... Ja, der Scheintrüb, ne? Nee, aber nicht bei mir. Ich versuche, die tausend Zombies zu töten. Wer zu killen, wenn man sich wissen will, hat das was für die... Hey, wo habt ihr meine Tür gelassen? Na, wer die Tür? Na, guck mal auf die andere Seite. Ja, bist du irgendwo entgegengefahren? Nee, bin ich nicht. Ich kann doch nicht so einfach weggehen. Normal, nee. Das ist ganz schön luftig. Das ist ganz schön luftig hierhin. Ja, das wurde ja oft... Ich denke daran, ne? Das wurde ja oft genug verraten. Äh, wo ist denn die zweite Tür jetzt hin? Ihr wolltet mich jetzt verarschen? Also entweder ihr gebt die Türen oder ich muss leider fahren, weil ich nicht hier drinnen sitzen bleiben kann. Ich... Wo ist denn... Weil die verschwinden nicht so von einfach, von hier auf jetzt. Willst du prüfen kommen? Ja? Ne, dann fahr ich jetzt erst zum Sechst und holen mir erst mal Sachen. Zwei neue Türen. Ja, ey. Ich find's jetzt nicht lustig. Her mit dem Reifen. Wer hat den denn? Ja, ich... Becker hat den Reifen. Und der hat auch die beiden Türen. ... Fertig.